jo was geht ab leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video heute mal gegen den pure hallo hallo hauptsache du sagst du hast kein gutes team eiskalt jago silva team of the season ja was nicht immer die hier meine ich ja oh mein gott also leute mal schauen gegen den lispelnden hurensohn so ist er bekannt leider so mal schauen ob ich jetzt mal eigentlich gewinnen kann wir haben noch nie gegnern gespielt ja stimmt werden noch nie gegnern gespielt da also leute oh mein gott nein oh mein gott er macht direkt fast das 1 2 ich glaub's nicht nein 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 ja man was ich wollte unbedingt schön machen was der kommt durch oh mein Gott oh mein Gott wer war das man war das Muriel oder sie oh mein Gott hast du mich gefickt ne das war Pogba Pogba du hast mich so gefickt gerade oh mein Gott hast du aber echt gut gemacht alter ein bisschen Glück am Ende okay so scheiße ne David Lewis man ja scheiße man 1 zu 1 oh Gott das hab ich mit Absicht gemacht damit spannend wird oh Gott läuft ja wohl komm Jungs ein Ackerflock Doppelpass läuft nice nein 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 verrückt hier oh mein Gott ich dachte schon der war richtig nice oh man alter schade komm nimm dir mal er hatte schon Geld hat er schon Geld gehabt ne bitte nicht er bekommt oh mein Gott man scheiße man bitte nicht oh mein Gott er macht ihn er macht ihn er macht ihn noch man ich will auch nen Freistoß schießen Hauptsache Pogba dreht sich bald weg hast du gesehen ja ja super 2 1 oh mein Gott oh mein Gott nein bitte nicht oh nein Mann es war richtig nice richtig guter Spielzug so jetzt fang ich mal richtig an zu spielen jetzt fangst du an? ok ich bin gespannt meine Mutter hat grad gespielt ist klar stopp stirb oh Gott weg mit ihm nein oh mein Gott bitte fack 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 nein nein oh mein Gott oh mein Gott du guckst immer durch mit dem Trick renn man hab ich was nein oh mein Gott er ist zu dumm ja wenn ich jetzt kassiere dann lasse ich so aus jawohl wichtig wichtig lauf 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 pedro 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 oh mein Gott er hat ihn einfach ausgenommen hätte das geklappt ne ok Leute das war's dann auch schon mit dem Hedge 3 zu 1 hab ich gewonnen auf jeden Fall nice hat Spaß gemacht mit dir Pio ohne Hübersagen du kriegst das Schlusswort haut dabei ein bis dann